ja Jojo und hallo und herzlich willkommen einer weiteren Folge von Star Wars Battlefront spielen wir mal wieder gefecht wie auch in der letzten Folge im Rebellen Rebellanten Lager Rebellanten Lager Atomlager 1000 Atomlager Dick ja, aber zuerst spielen wir im Rebellen Lager Rebellanten rebellierende Rebellanten ja, versuche ich versuchen wir sozusagen hat ich kam mir hier oben rum bis jetzt sind die Rebellen noch nicht mal vorgedrungen da ah Mist ja, gut gemacht und dann haben sie auch die richtige Waffe dafür aber ich hatte auch ein bisschen Pech muss man auch oh, ich bin der erste in meinem Team, der down gegangen ist oh, ja natürlich nun ist es das ist immer so lächerlich ich hasse es, wenn zwei da stehen und mich abschießen oh, endlich ja, verdient jetzt müssen wir mal wieder vorrücken ich rücke natürlich hier rüber vor oh, wieder so eine scheiß knappe Kiste oh, hä, ich war doch weg ich war doch hinter dieser Mauer oh, und er holt mich trotzdem weg ja, ach, ja oh, jetzt kommt der wieder ey, der ist aber auch ein Lappen ich meine, er ist auch gut, aber ich konnte im Prinzip auch nur wählen, von wo ich sterbe nerviges Schild ich gehe hier rechts rum mit dem warum geht der auch wieder zurück ich werde jetzt irgendwie Darth Vader oder wie oh, den habe ich geholt den Typen oh, was war das denn warum hat das so geblockt ich dachte, das wäre eine Amnäherung ja ah, Mist immerhin sind beide down gegangen oh, ja, endlich mal woanders spawnen das ist doch ganz nett ich meine, es ist im Prinzip auch nur im Lager Lager im Lager im Lager ja was oh Lappen das war aber richtig lappenhaft von meiner Seite ah, ist soweit okay vom Prinzip her oh, da komme ich wieder nicht dahinter und deswegen habe ich wieder Pech na gut ich hole mal einen dann kratze ich einen so einen Schaden an und dann war es das meistens zumindest yo was hat der für eine Player ganz ehrlich das war echt Player von ihm oder er hat einfach hier die Mega Sicht und ich habe die lappenhafteste Sicht hier ever ja das ist natürlich auch gut von denen wenn die uns dann so einkesseln und habe nicht mehr viel Zeit 18 das geht besser das geht besser das geht viel viel besser ja, schön ja, immerhin habe ich den Typen noch geholt auch wenn er mich man weiß nicht wie aber guck mal der andere gibt mir alles ja, 10 Kills schön okay auch ernsthaft so ist das erste Mal glaube ich in meinem verfügten Leben dass ich mit Nahkampfen Typen geholt habe jetzt kommt doch mal hier wieder mehr mehr Wortmeldungen mehr Wortmeldungen mehr Wortmeldungen jetzt hallo moyen hallo oh das regt mich jetzt auf ich gehe jetzt einfach zum Feind oh Mist ganz, 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 ganz eng hätte er noch einen Schuss abgefeuert wäre er weg gewesen aber okay oh Mist 12, 12 ist soweit okay im Prinzip kann man nicht anders sagen oh da kämpft da rum und ich hab war der Lappenkil okay dann bedanke ich mich fürs Zusehen bis zum nächsten Mal bis dann Leute ciao 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 ciao